Musik Hey Dave, ich bin's, Hanna. Hast du heute Zeit? Oh, okay. Hausaufgaben und, ach, Fußballtraining. Na gut. Hm, schade. Ich find's auch total schade, dass wir uns jetzt immer so wenig sehen, Dave. Ich vermiss dich richtig. Das war so schön, als wir immer in einer Klasse waren. Hm, ja, kein Problem. Versteh ich schon. Dann sehen wir uns vielleicht morgen in der Pause oder so? Ach man, ich vermiss Dave wirklich. Das war so toll. Jeden Tag waren wir zusammen in der Klasse und jetzt? Jetzt sehen wir uns noch nicht mal mehr in der Pause, wenn wir uns nicht verabreden. Und heute Nachmittag hat er keine Zeit für mich. Und was mach ich jetzt? Ach, hier stehen ja noch meine Blumen, die Mama mir geschenkt hat. Das war echt eine liebe Geste von ihr. Die nehm ich mal mit in mein Zimmer. Einfach so hat sie mir die geschenkt. Hm, weil sie mich lieb hat. Vielleicht sollte ich Dave auch mal Blumen schenken. Einfach so. Damit er auch weiß, dass ich ihn lieb hab. Aber Blumen sind eigentlich nicht so ganz Daves Ding. Oh, diese ganzen alten Fotos von uns. Oh, das war alles so schön. Ich hab so tolle Sachen mit Dave erlebt. Ich will ihn auf gar keinen Fall verlieren. Ich will nicht, dass wir uns auseinander entwickeln. Hm, irgendwie muss ich ihm zeigen, wie lieb ich ihn hab. Oh man, Pia, ich hab immer geniale Ideen. Da fällt mir was ein. Das wär doch was mit den Fotos. Wo hab ich's denn? Wo hab ich's denn? Hier war doch irgendwo dieses Album. Hier, ein niegelnagelneues Album. Da ist noch nichts drin. Da könnte ich doch Fotos für Dave reinkleben. Und vielleicht noch was reinschreiben und reinmalen. Und ihm das dann schenken. Hm, dann hat er auch so schöne Erinnerungen, wie ich. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werd die schönsten Fotos von uns entwickeln lassen. Im Fotoladen. Und dann, dann mach ich ein richtig tolles Album für Dave. Und ich glaub, er wird es lieben. Hm, na dann mal schnell los, bevor der Laden schließt. Äh, okay, aber barfuß sollte ich vielleicht nicht gehen. Also, Rückzug, Schuhe anziehen. So, Schuhe sind an. Und ich glaub, so doll beeilen muss ich mich auch wieder nicht. Also, der Laden hat noch länger auf. Aber ich werd trotzdem mich sofort auf den Weg machen. Ich find, das ist eine tolle Idee. Und die will ich sofort umsetzen. Äh, Mama, ich bin mal im Einkaufszentrum. Bis später. Oh, klasse. Das hat super geklappt. Jetzt hab ich, hm, ungefähr 10 Fotos entwickeln lassen. Und mein Taschengeld reichte auch dafür. Dann jetzt schnell nach Hause. Und dann geht's los mit dem Basteln. Hallo, Entschuldigung. Lassen Sie mich mal hier raus. Es ist ganz schön voll im Einkaufszentrum. Was wollen die hier alle? Es wird immer voller. Hm, vielleicht sind einfach noch ein paar andere Leute auf die Idee gekommen, hier heute was zu kaufen. Aber ich werd mich einfach schnell durchdrängeln. Hey, hey, bist du nicht Julian Vogels Schwester? Hey, warte doch mal. Ja, klar bin ich Julians Schwester. Äh, was ist denn? Äh, also, äh, kannst du Julian was von mir sagen? Oh, ey, ich liebe Julian. Ja, ja, werd ich ihm sagen. Und, ja, ich kann's irgendwie verstehen. Ich liebe Dave. Oh, klasse. Also, äh, sagst du ihm das dann wirklich von mir? Also, bitte. Ich find Julian so toll. Der hat so schöne Haare und der ist so süß. Ja, ja. Äh, Ashley ist der Name, oder? Ich werd's ihm sagen. Auf jeden Fall. Der wird sich sicher richtig freuen. Jetzt aber mal flott nach Hause. Das war lustig, dass ich noch Ashley getroffen hab. Aber ich darf keine Zeit verlieren, sonst wird das heute nichts mehr mit meinem Album. Oh, Moment mal grad. Das ist doch Raoul. Hey, Raoul. Och, ola, Hannah. Die neue Modedesignerin von Playmobil City. Wie geht es dir? Hm, danke, Raoul. Also, mir geht's gut. Und dir? Äh, super geht's mir. Ich bin ein bisschen am shoppen. Und, Hannah, also, sie, Silvia, die hat mir gesagt, dass sie findet, dass du eine ganz, ganz tolle Modedesignerin bist. Also, das hast du wohl ganz, ganz toll gemacht. Äh, ja, danke, Raoul. Äh, äh, ja, danke. Kannst du jetzt die Hand wieder von meinem Kopf nehmen? Oh, Hannah, also, tut mir leid, aber ich muss jetzt schnell weiter. Ich muss noch ein paar Erledigungen machen. Äh, ja, kein Problem. Ich muss jetzt auch weiter. Na, sieh mal einer an. Hannah Vogel, du bist ja allein im Einkaufszentrum. Das gibt's ja wohl nicht. Also, dass Claudia dich so ganz allein ins Einkaufszentrum gehen lässt, also, das würde ich ja mit meinen Töchtern nicht machen. Ach, nee, nee, auf gar keinen Fall. Oh, hi, Tante Maren. Alles gut bei dir? Hannah, du fragst dich vielleicht, äh, warum ich heute hier im Einkaufszentrum bin. Naja, normalerweise bin ich hier nicht, seitdem mein Sohn dieses Einkaufszentrum nicht mehr besitzt. Aber, äh, ja, meine Follower wollen einfach diese Klamotten sehen, die es in diesen 0815-Läden gibt. Naja, tja. Ich persönlich finde auch richtige Designerläden besser. Aber, naja, äh, wenn deine Follower das sehen möchten, Mama, werde ich dich da auf jeden Fall unterstützen. Oh, Isabel, mein Schatz, das hast du ganz toll gesagt. Oh, danke. Sag das jetzt sofort nochmal hier für die Kamera. Also, einfach hier ins Handy lächeln und nochmal sagen. Dann können meine Follower das auch alle sehen. Werde ich auf jeden Fall sofort auf Instagram posten. Oh, mein Gott. Äh, ja, macht ihr mal Fotos für Instagram. Ich bin dann weg. Ciao. Oh, Mann, oh, Mann, das hört ja gar nicht auf. Da ist ja schon das nächste Bekanntergesicht. Das ist ja Daves Mama. Hey. Ach, hey, Hannah. Na, schön, dich zu sehen. Ach, der arme Dave, der ist heute so im Stress. Der macht gerade noch Hausaufgaben und dann gleich auch noch Fußballtraining. Ja, habe ich schon gehört. Und, äh, weißt du was? Ich habe eine Überraschung für Dave. Ich werde was für Dave basteln, was Kreatives. Und das bringe ich später vorbei. Kannst du mir dann das Zimmer von Dave öffnen, damit ich das da reinlegen kann? Ach, das ist ja süß von dir, Hannah. Äh, ja, klar kann ich das machen. Also, es soll eine Überraschung für Dave werden? Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber ich muss die Überraschung noch basteln. Deswegen muss ich jetzt los. Tschüss. Äh, hey, Hannah, warte doch mal gerade. Hey. Oh, hey, Onkel Stefan. Jetzt auch noch Onkel Stefan. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit meinem Album. Och, Mann, ich wollte Dave doch überraschen. Also, Hannah, jetzt sag doch mal. Ich habe schon ein paar Mal bei euch angerufen. Ist Papa gar nicht da? Äh, nee. Papa ist nicht da. Der ist mit Julian unterwegs. Die kommen erst, äh, ich glaube, nächste Woche oder so wieder. Ach, Julian ist auch nicht da, ja. Ich hatte mich schon gewundert. Schon lange keinen Anruf mit irgendwelchen Anweisungen zum Bauen. Haha, naja. Und mit deinem Vater wollte ich ja eigentlich Fußball gucken. Aber dann hat sich das ja erledigt. Ja, tut mir leid, äh, Onkel Stefan. Ich werde sie auf jeden Fall von dir grüßen, wenn ich sie sehe. Tschüss. Oh, Mann, das hat echt lange gedauert im Einkaufszentrum. Aber jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Und, oh, Mama schläft. Dann werde ich mich einfach mal dran vorbeischleichen. Dann hält die mich nicht auch noch ab. Jetzt geht's los mit Hannahs Mission. Mission, ähm, Fotoalbum. Ich brauche auf jeden Fall eine Schere, Klebstoff, meine Fotos. Äh, und wo ist das? Ach, da ist ja das Fotoalbum. Oh, Mann, diese Fotos von Dave und mir sind alle so lustig. Wir haben so coole Sachen zusammen erlebt. Die werde ich jetzt alle noch schön zurechtschneiden und einkleben. Oh, Mann, das Foto ist ja witzig. Ach, ich weiß noch, als das, als das passiert ist. So, jetzt male ich schnell noch ein paar schöne Sachen dazu und schreibe noch was dazu. Und schon ist mein Fotoalbum fertig. Hat ganz schön lange gedauert. Hm, Mann, oh Mann, aber Dave hat's verdient. Oh, Mann, wenn ich mir die Fotos jetzt nochmal so ansehe, da kommen echt Erinnerungen hoch. Als Dave und ich uns kennengelernt haben. Oder als Dave und ich uns zum allerersten Mal geküsst haben. Oh, das war so schön. Ich hab mich gleich in Dave verliebt. Er ist ein richtig toller Kerl. Oh, Mann, und dieses Foto, das war noch in meinem alten Zimmer, da wo Julian jetzt drin ist. Und natürlich musste Papa uns immer nerven. Oh, Mann. Und obwohl Mama und Papa echt oft genervt haben, sind wir trotzdem zusammengekommen. Und ich bin so froh, dass Dave jetzt mein Freund ist. Das Foto von ihm ist auch so süß. Da trägt er gleich zwei Rucksäcke gleichzeitig. Da muss ich richtig lachen. Oh je, und wenn ich an Valentinstag zurückdenke, da waren wir doch mit Julian und Mia zusammen. In der Eisdiele. Äh, nee, im Cupcake-Laden war das. Und da haben wir uns ein Milchshake geteilt. Und dann an unserem Jahrestag. Natürlich haben wir wieder Eis gegessen. Dave und ich lieben Eis. Natürlich gab's auch ab und zu Zoff. Zum Beispiel auch zwischen Dave und Pia, die beiden Streithähne. Aber naja, mittlerweile verstehen wir uns alle richtig gut und sind dicke Freunde. Hannah und Dave, für immer. Ich hoffe, ihm wird dieses Buch richtig gut gefallen. Dann werde ich das jetzt ganz schnell zu ihm nach Hause bringen, bevor Dave nach Hause kommt. Und wenn er dann wieder da ist, dann ist das als Überraschung da. Schnell noch mit ein bisschen Papier verpackt. Und los geht's. Was meint ihr? Wird Dave das Buch mögen? Wird's ihm gefallen? Äh, wie hat euch denn das Buch gefallen? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Wird's ihm gefallen? Vielen Dank.